Finale. Tag 7 mit Duty 7 der 7 Days 7 Duties 22 Fitness Challenge. Das letzte Workout und der absolute Kracher in der Nummer Dead Leg Lunging. Dead Leg Lunging und der Name ist Programm. Die Aufgabe ist, lauft 400 Meter. Das ist leicht, oder? Die Besonderheit ist, lauft die 400 Meter in Walking Lunges, bei denen ihr eine Kurzhantel RX20 für die Ladies 12,5 in der Frontrack haltet. Das heißt, ihr habt die Hantel in der Frontrack und macht jetzt 10 Ausfallschritte vorwärts. Stoppt dann und macht mit der gleichen Hand 5 Mal Push Press mit dieser Hantel. Erst danach dürft ihr die Hand wechseln. Wer keine 400 Meter genau abgemessen hat, nicht rausgehen will, keine Tatanban hat, whatever, und es zuhause machen möchte, macht einfach 500 Schritte. Dann passt das. Das Ergebnis ist die Zeit, die ihr gebraucht habt. Viel Spaß dabei! Das vollständige Workout findest du in der Videobeschreibung. Dort findest du auch einen Link, der dich direkt zum Workout in der Camback App führt. Und wenn du keine Lust darauf hast, das Workout wieder nach unseren Tipps selber für dich anzupassen, hol dir doch jetzt endlich die Camback-Mitgliedschaft. Dann kriegst du jeden Tag das Workout perfekt auf dich zugeschnitten. Jetzt abonnieren, folgen und Instagram haben wir auch.